Vom 26. bis 28. Mai fand in Neustadt eine Orla das Treffen der Feuerwehr Neustadt aus Europa statt. Gleichzeitig wurde aber auch 160 Jahre Feuerwehr Neustadt gefeiert. Dieses Treffen gibt es nun schon seit über 30 Jahren und jedes Jahr wird es in einer anderen Stadt gefeiert. Es ist ein Austausch von Erfahrungen und Feuerwehrgeschehnissen. Hier werden Freundschaften gepflegt und neu geschlossen. Bei Musik und schönstem Sonnenschein konnte man hier den Tag genießen. Ein Programmpunkt war die Höhenrettung der Feuerwehr aus Jena, die hier ihr Können zeigte. Man kümmerte sich sehr gut um die Gäste mit deftigem Essen und selbstgebackenen Kuchen der fleißigen Frauen hinter den Kulissen. Für Kinder gab es eine Hüpfburg und die Kleinsten konnten sich farbenfroh schminken lassen. Aber auch Geschicklichkeitsspiele wurden angeboten, wo höchste Konzentration gefragt war. Nicht nur die Kinder konnten sich dabei testen, nein auch die Erwachsenen versuchten es. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Feuerwehr Neustadt an der Orla. Wir sind hier zum Neustadttreffen der Feuerwehren. Das 26. begrüßen aus insgesamt 15 Neustädten unsere Kameraden von Bremen bis runter nach Baden-Württemberg. Wir wollen ein schönes Wochenende feiern. Dieses Treffen findet alle zwei Jahre in einem anderen Neustadt unserer Republik statt. Gleichzeitig ist das unser Tag der offenen Tür, unsere 160-Jahr-Feier und ganz wichtig 30 Jahre Jugendfeuerwehr, die wir heute hier beehren wollen bzw. feiern wollen. Dieses Wochenende bei der Feuerwehr Neustadt an der Orla war also rundum gelungen. Gut, ciao! Gut, ciao! Gut, ciao!